Es ist Merlin E.S. mit einem YCS-Rundgang nach Runde 1. Gerade steht 1-0, 2-0 gewonnen. Hier sehen wir erstmal Joe. Moin. Kleines Shoutout an Joe. Hier mein Gegner aus Runde 1. Ich muss zugeben, ich hatte echt relativ gut. Tut mir leid, die Rage war frech. Sorry. Hier kannst du einfach meinen Hieratik-Kumpel hier lang machen. Tut mir leid. Ja, wenn ich komme, gebe ich mir den lang. Hier, nächstes Feature-Match. Umut gegen Flo. Und da sehen wir Solka. Und Flo und der Herr Peets. Der Herr Peets hat, glaube ich, gerade gewonnen. Herr Peets, wie war das Spiel? Angenehm. Angenehm finde ich immer gut. Hier, jetzt sehen wir den nächsten Geier. Geier Nummer 2, der Blauwal. Da der Aal lacht, der Aal und der Blauwal, wir nennen die den German Holzkopf den Aal. Heslon. Ja, du bist auch ein Heslon. Was ist Heslon? Hässlicher Hurensohn? Nein, Heslon ist Berliner Deutsch für Hässlicher Hurensohn. So, weiter geht es mit Rundgang nach Runde 1. Wir sehen hier so ein paar Leute. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar bekannte Gesichter finden. Hier ist die Public Event Registration. Wir sind insgesamt 1.439 Leute. Das ist gar nicht mal so wenig. Wie ihr seht, Halle ist ziemlich voll. Da geht einiges. Featured Match Runde 1 ist ein Herr von Kampenut gegen Stefan Faust. Redet noch, glaube ich, 0-0. Aber Faust ist mit den Live-Minds hinten, wie man sieht. Faust ist bei 2-4. Der Herr aus den Niederlanden, schätze ich mal. Bei 7.100. Hier sehen wir noch ein paar bekannte Gesichter. Da sehen wir einmal den Eierkopf. Eierkopf, sag mal was. Servus, du bist auf YouTube heute. Und da sehen wir einen super Judge, David. Alles fit? Grüß dich. Wie geht's dir? Gut, super. Dir? Super. Oh, ich spiele nicht. Ich spiele. Ich bin schon fertig. Achso, ich spiele. So, nächster Mensch für das Video ist mein gelber Reissohn. Log down. Sag mal hallo. Hallo. So, wen finden wir noch? Noch ein paar Leute, die wir kennen vielleicht. Wie gesagt, hier, Public Event Registration. Yami, sag mal hallo. Hallo. Ah, genau, und Peter. Servus, und Chris. Servus alle miteinander. Hey. Gut, weiter geht's mit dem Rundgang. Da sehen wir Whizzy. Whizzy spielt wieder nicht Beta, weil er nie Beta spielt. Oh, und Ilya ist aus der Schweiz. So, da, Johnny. Johnny hat auch was zu sagen. Oh, Johnny spielt direkt gegen Sascha Senne. Das ist natürlich auch eigentlich ein Featuredmatch wert hier. Einmal Sascha, einmal Johnny. Wer führt, wie steht's? Eins los für mich. Johnny, hast du wieder gelackt? Gibt's drei ehrlich? Nee. Nee. Er hat einfach nur schlecht gezogen. Ich glaube, er hat schon gelackt. Also Johnny lackt meistens. Alles klar, welche geht's mit dem Rundgang? Da sehen wir Marcel Bob. Marcel Bob gegen Kenny. Wer führt? 1-1. 1-1. Das ist kein Ergebnis, wo einer führt. Was könnt ihr eigentlich? Nein. Was spielt ihr? Also ich spiele Antti. Und du? Rabbit. Ja, du hast Kleider-Eier, du bist cool. Bob hat Kleider-Eier, er spielt Rabbit. Weiter geht's. Hier, der nächste Mensch, den wir kennen. Tommy aus der Schweiz. Tommy, sag Hallo, du bist auf YouTube. Okay. Dann gucken wir mal. Jetzt sind wir an Tisch 709. Das ist schon eine ziemlich hohe Tischzahl. Ach, da haben wir noch einen, den wir kennen. Patrick, ist alles fit? Moin. Gut, gut. Wie steht's? Es geht, es geht. Es geht, geht. Super, das freut mich zu hören. Gut, dann schauen wir mal, ob wir an Table 1, ich meine, es ist Runde 1, da sagen die Tabels noch nicht viel über die Standings aus, aber dann schauen wir doch mal, wie wir zu Table 1 kommen und wie das da so aussieht. Wird wahrscheinlich ganz da vorne sein. Ach, schauen wir mal, da haben wir noch einen coolen Kollegen. Das ist Matthijs aus Fahnen. Matthijs, say hello, you're on my YouTube. Hi, YouTube from Marilyn Schumacher. Das ist der coolste Hollander, den ich kenne. Alles klar. Gut, ähm, talk in a bit, right? Ja. Ähm, weiter geht's. Wir wollten gerade zu Tisch 1 vorpilgern. Tisch 1, wo bist du? Ja, die Tischnummern werden kleiner. Hier ist schon 492. Ja, noch ein paar Judges. Coole Judges. Valerio, say hello. Servus. Hi. Guten Morgen. Hallo. Du bist auf YouTube. Ja, 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 ja. Rundgang, Runde 1. Kaiser, unser super Theo aus Bayern. Alles fit? Alles fit. Wie steht's hier? 1-0 für mich. 1-0 für dich? Das ist ein sehr gutes, solides Ergebnis. Nicht nur ein guter Theo, auch ein guter Spieler. Hammer, Kerl, der Kaiser. Dankeschön. Aber ich spiele bei über 1400 Spielern gegen den Pokken. Ich habe auch gerade gegen einen Bremer Kollegen gespielt, den ich gekannt habe. Das ist immer so. Da, Dubi. Dubi ist auch auf YouTube. Was geht ab, Merlin? And another great judge. Okay, Paul ist gerade beschäftigt. Wie steht das hier? Wer hat gewonnen? Ja. Ja, das ist ja bedauerlich, Dubi. Was ist los? Ich habe auch schon den bei dem gefressen. Spielst du überhaupt mit? Ja, klar spiel ich mit, Tunja. Ich führe schon. Hast du gewonnen? Nee, gegen Chamberlain verloren. Ja, Chamberlain ist auch zu gut für dich. Nein, Spaß. So, Sebastian. Servus, was geht? Mich viel. 1000 Jahre Spieler. Ja, ist doch solide. 1439 habe ich sogar gehört. Richtig. Du machst einen guten Job. Weiter so. Oh, Basil, Basil judget auch. Servus. Okay, damit Ende der Rundgang nach Runde 1, weil ich jetzt nach einer Erlaubnis fragen muss, ob ich ein Video mache.